... Hallo! Es ist wieder soweit! Ich hab mir so ein Spiel hier rausgeguckt. Snakey Bus. Ich glaube, das ist wieder ein... Ich glaube, das ist wieder ein... ...ein Meilenstein der Spieleindustrie, meine Damen und Herren. Es handelt sich ganz offensichtlich um ein... ...Spielen mit Bussen. So viel sei gesagt. Wir spielen erstmal Singleplayer und starten komplett blind rein. Acht Tacken. Wahrscheinlich wieder in die Mülltonne gekloppt. Ja. Transit. Schule. Party. Ja, wir nehmen erstmal ja ganz normal. Dann fangen wir an mit... ...Seattle. Abfahrt. Geht los, oder? Wisst ihr, in solchen Momenten frage ich mich immer... ...Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Was ist das schon wieder für eine Scheiße, Alter? Es gibt nicht mal E-Game-Sound, da fliegen Leute in meinen Bus. Und es gibt... Einen wird nichts erklären, man hat einen Bus. Es geht einfach los. Scheiße, Bruder. Ich glaube, es wird gleich wieder eine gute Steam-Bewertung von mir geben. Also, ich höre Regen, aber... Also... Gehen wir es an. Also, ich kann... Ich kann nicht bremsen. Bus full. Head to destination. Äh, dann machen wir doch. Ich wollte Leertasten für Handbremse benutzen. Auf einmal hebt er ab. Okay, hier hoch, Bruder. Hoppala. Es gibt einfach keine Crash-Sounds und irgendwie... Man... Man kann einfach nicht bremsen. Four Seasons. Ah, links oben steht die Haltestelle. Huh! Buslänge 16. Äh, wie Buslänge? Was mache ich mit meinem Leben? Das ist mein Bus? So, nach diesen Runden... Zwei Minuten... Habe ich... Verstanden, glaube ich, was das Spiel von mir will. Man fährt mit dem Bus... Durch die Gegend, sammelt Leute ab, muss sie abliefern, kriegt einen Score und wird dadurch immer länger. So wie Snake. Auf dem Handy. Und wenn man zu sehr sich verkeilt und dann zu lange auf einem Fleck steht, hat man verloren. Und man kann nicht bremsen. Wie bei Snake. Ja, Snakey Bus. Hätte ich mir auch denken können. So, also, meine Damen und Herren. Mein Name ist Hennobliert. Ich bin heute ihr Chauffeur. Und ich bin full. Gut, dann liefern wir jetzt mal die Leute ab. Wie können Sie bitte aussteigen, meine Damen und Herren? So, jetzt gehen wir in die nächste Runde. Fangen wir doch hier direkt mal nach Abklapp. Zu und hoch. So, alle einsteigen bitte. Rein. Rein mit euch. Rein mit euch. Man kann auch springen. Ich glaube, das sollte ich vielleicht öfter machen. Ihr vielleicht doch nicht. Was fliegt? Da fliegt ein Hund. Es ist ein bisschen weird, dass es gar keine Crash-Sounds oder so gibt. Juckt irgendwie niemanden, ne? So, rein mit euch. Was ist das für ein Spiel? Also, ich versuche einfach gerade nur zu akzeptieren. So, da sind wir. Meine Damen und Herren, bitte einmal aussteigen. Jetzt haben wir schon eine Buslänge von 58. Irgendwie... Wollen Sie, dass ich die Tür aufmache? Ich will jetzt eine Exorzismus-Scheiße hier. Ja, war ne... Ne lange Sache. Heilige Scheiße. What the... Okay, ich glaube, wir haben jetzt ein Gefühl fürs Game. So, wir könnten jetzt Museum fahren. Suburb. Ja, dann probieren wir hier mal Suburb. Das sieht jetzt auch ein bisschen an. Es hat jetzt so ein... Hat jetzt auf einmal so einen leichten Borderlands-Charakter vom Grafikstil. Da fliegen immer noch Leute nach. Wie die immer so nach zwischen... Guck mal, jetzt haben wir schon eine 54er-Länge. What the fuck, Alter. What is happening? Was ist das für ein Game? Jetzt geben wir nochmal ein bisschen Gas. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay, langsam wird es hier voll. Alter, was ist da hinten los, Alter? Scheiße, Bruder. Wenn das der Chefsie... Nein, 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 nein. Noch bin ich nicht ripped. Ist ein bisschen drängelig, aber... Multiplayer! Hier spielt tatsächlich jemand das Game. Waiting for Host to start. Ja, wir spielen jetzt... ...gegen einen anderen Spieler. Ein anderer Mensch spielt dieses Spiel Multiplayer, meine Damen und Herren. Und ich frage mich, wieso? Da ist der Host. Start das Game! Ich glaube, er weiß nicht, wie ein Spiel startet. Ein Raum. Ein Raum. Es gibt ein Raum. Niemand auf dem Planeten, auf dem ganzen Planeten Erde, spielt aktuell dieses Spiel Multiplayer. Außer dieser eine crazy Typ, der in einer leeren Multiplayer-Lobby einfach hier nur langfährt. Der spielt begeistert. Drückt Tab! Also, ich meinte Lobby auf und warte. Schalalala! JMD-Bock auf ne chillige Runde, Snakey-Bus. Aktuell bin ich weltweit der einzige Spieler. Da ist noch so ein anderer verwirrter Typ in einer leeren Lobby, aber der zählt halt nicht. So. Ich finde mich schon manchmal lustig. Snakey-Bus, meine Damen und Herren. Ist der shit! Ich hab ne Rakete. Ja, du. Gibt's hier schon Resonanzen? Nö. Ja, die Kraft des Influencers. Kann ja wenigstens einer reinkommen, Alter? Der eine Typ ist raus. Einen Anruf bei Kalle später. Also, Kalle, Multiplayer klickst du oben an? Ja. Warte, ich muss. Will ich meinen Bus da umbauen? Nö, nö, jetzt halt mal dein Maul. Pass auf. Okay, oh Leute, was muss ich denn machen überhaupt? So, Kalle, das ist jetzt mein Revier. Nö, verpiss nicht! Oh, Leute. So, warte. Also, du musst... Ja, ja, du musst... Du musst an den halben Stellen lang, dann snipschen die so in deinen Bass. Und dann musst du die abliefern. Und dann wird dein Bus immer länger. Ich hab jetzt schon 61 Wagen. So, warte. Den Pferd, Alter. Ich hab Bus! Er macht voll den Abgang, Alter. Wo bist denn du jetzt hier, Alter? Nein, hier lang, Alter. Das ist ja mein Gewicht. Alter, das ist mein Bezirk. Ich fahr hier jeden Morgen lang mit meinem Kaffee, Alter. Warte, Alter. Den schieß ich ab, oder? Du ekliger! So, pass mal auf. Hier verkauf ich Tagestickets. Ja, das ist hier nicht dein Bereich. Verstehst du? Ich hab ja 80 Wägen in der Hand. Das sieht so dumm aus. Einfach. Du brauchst da hinten gar nicht so rumfahren, Alter. So, hier. Jetzt kommt der Schneeschieber. Ich komm hier. Alter! Ja, okay. Scheiße, ich hab mich selber gebummt. Hey, ihr wollen überall Einzelteile von mir. Hey, ich hab mich übel in kurzen, Bruder. So, Rakete. Alter! Wie das knallt einfach, ey. Ich sehe nur, wie du mir einfach so den Ass weggeschossen hast. Du Besterd. So, guck mal, ich führe 130 zu 4, du Affe. Du hältst mal dein Maul. Das ist mein Bezirk, du Bisch. Der B. So. Ey, oh shit, du musst hier auch hin. Verpiss dich, ey. Ich glaube, wir müssen immer zugleichen, oder? Alter, ey. Oh, Leute. Geil, Alter, Alter. So, next game. Ja, waren geile fünf Minuten. Ja, da geht noch eins, oder? Okay, dann mach ich das Go, ja. Wem Spannung gehört? Verlierer stirbt, so, Abfahrt. Verlierer stirbt. Alter, wie du mich wegbumpst. Oh, hier ist ja mein Bus, Alter. Oh, nein, nein, nein. Verlierer. Verlierer an Power. Ja, ja, ja. Sehr gut. Verlierer an... Oh, nee. Hey, was ist denn hier los, Alter? Oh. Oh, Gott. Hab ich easy. So. Wie ist die Lage hier in Puzzle raus? Ich hab schon einige Dinge eingesammelt, aber ich weiß nicht, wer vorn und wer hinten ist. Ich komm da halt nicht mehr hin, wo ich abgeben muss, Kalle. Ich komm hier auch gar nicht mehr irgendwie... Also, guck dir... Man muss halt auch irgendwie zur Endstation nochmal finden, ne? Das ist halt... Heide Park ist nichts dagegen. Ich sag's nicht. Victory! Vorher verkauft nur noch ich die Monatskarten. Ich will nochmal. Nö. Nö. Ja. Nein. Das war Best of Three. Nein. Nein. So, also, das war jetzt Warm-Up, okay? Das ist jetzt Final Match. Okay, jetzt Best of Three. Best of One ist jetzt. Okay, scheiße. Und Studentenausweise und Ausreden werden nicht ex... Jetzt werden hier die Leute einkassiert, ey. Schuss. Scheiße. Aber jetzt kommt der Rampo. Ja, ge... Junge. So. Kommt direkt. Oh, leid, ich hab hier mehr. Jetzt. Now or never. Aktiviere. Wie wird beide ein, was das ist? Wie wird das angehen, Junge? Ich bin der geilste Busfahrer, Junge. Bis zum nächsten Mal.